Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Dass er sich schon nach dahin fortbewegt hat Dann würde ich jetzt einfach sagen Wir rufen mal die Gruppe auf Und sagen Patrouille Und Auto-equipped Aber ich weiß gar nicht mehr wie das At a patrol point Ja Südwestruppe Und Dann sollen die da erstmal hin Oh Ich hoffe das ist jetzt nicht einer von denen Doch es ist einer von der Truppe Und wäre sinnig wenn da mal mehr kommen würden Jetzt haben wir den Zombie doch tatsächlich kaputt gemacht Das macht doch einen guten Eindruck oder? So dann würde ich ja fast sagen Schauen wir zu Dass wir hier Unlock machen Und Patrouille So jetzt kommen da ein paar hin Und ich hoffe Da kommt mal ein Zombie näher Und nur einer Und den schlagen wir dann Vielleicht machen wir mal besser hier noch einen Okay Das klappt dann Das müssten die ja zu dritt schaffen Boah Respekt Die beiden laufen jetzt weg oder was Ich wollte es gerade sagen Das wäre natürlich jetzt der Hammer Wunderbar Remove Patrol point Ja Und den Remove Wir haben gerade auch Hier unten sind ziemlich viele Noch vier Stück Weil das jetzt ein Held der gekommen ist Ich weiß nicht Gucken wir mal gerade Immigrantes arrived Okay Ja So müssen wir das natürlich dann machen Und Ich würde es fast sagen Lass uns hier mal Ein At Patrol point Machen Dann kommen die drei auch Und ich glaube wir kriegen den dann ins Visier Oder? Ja So kämpfen wir uns dann langsam durch Ich hoffe die anderen kommen jetzt auch hier hin Sieht aber gut aus So Jetzt die Frage Hielt sie Ich hoffe die anderen kommen jetzt auch hier hin Auf jeden Fall einer Es sind zwei Ich glaube sogar Oder ist nur einer Weiß ich nicht Wer kam da jetzt Jetzt kam ein Held Da kommt noch einer Reicht das Ja Jetzt kommt er näher Ich hoffe die kommen auch zu zweit dann hier hin Weil für einen war das etwas schwer Jetzt geht er nämlich auch weg Aber es sind noch zwei da Okay Das sollte dann auch klappen mit dem Angriff auf den hier Jetzt geht er gerade weg Na ist klar Aber Das reicht noch Okay einer ist schon tot Der zweite ist wounded Okay Dann hat das geklappt Dann würde ich sagen Mach das mal gerade unlock Gucken ob da einer durch geht oder nicht So holen wir sie alle raus oder Da stellt sich nur die Frage Wie viel Ne Warum respawnen die hier Das ist die Frage Ne Okay Das machen wir jetzt mal erst Ja Das muss so sein Hier ist keiner mehr Destroy den mal gerade Und dann machen wir da eine Tür hin Tür 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 War Bei Tischen Genau Was macht denn der denn da Ach der holt jetzt erst die Knochen da bestimmt weg Oder so ne Ja Das war es dann für dich Das war es dann für dich Und für die anderen drei auch Okay Das ist halt jetzt passiert Das waren jetzt hier unsere neuen Leute Keine Ahnung was die wo wegholen wollten Da kommt noch einer Lockflotgate müssen wir jetzt machen Ja das Die sind auch tot Alle tot Irgendwas ist da gerade schief gelaufen Ich weiß nicht was Ich weiß nicht warum die hier reinlaufen wollten Ah da ist Rüstung Und deswegen wollten die da reinlaufen Alles klar Ja schade Ne Hat sich erübrigt Das sind jetzt 1,2,3,4 ne Remove patrol point Machen wir jetzt weg Und machen wir hier hin At patrol point Ich hoffe die kommen jetzt alle hin Ja tun sie Und dann geht's auch So die sind gut ausgerüstet Deswegen können die da auch was ausrichten Boah Die ist jetzt alleine dahin gelaufen Aber geht auch Da sind noch 2 Zombies So dann geht's Ja gehen relativ gut Sogar Ja den können wir mal weg machen Oder Den haben wir weg gemacht Na ja okay Dann pendeln die nur noch Zwischen diesen 2 Unlock Geht er da durch Oder nicht Das wäre schon nicht schlecht Wenn er da durch geht Ah jetzt ist er leider zurückgegangen Na dann war er drauf Und dann geht er da rück Okay Müssten wir ein paar mehr Soldaten haben Dann können wir das auch erledigen Ja Ja geht keiner durch Das funktioniert nicht so Wie ich mir das gerade vorstelle Dann machen wir das mal Lock Flottgate Das lassen wir mal so Die Tür Kommt auch nicht hin Naja müssen wir mal schauen Wie das weitergehen kann Aber da sind wir denke ich Auf dem Weg Dass wir das auch dann Irgendwie bewältigen können Die loszuwerden wieder Wenn es denn Nicht welche nachkommen Das ist die nächste Sache Ne Ja Was wir mal gerade gucken können Ist dass wir hier das hier Komplett weg machen Ich weiß jetzt nicht Ob hier vorne noch einer ist Aber Das muss auf jeden Fall sein Dass da keiner mehr Beerdigt wird Da kommt schon wieder einer Ne Zum Glück ist die Tür zu Sonst wäre der da durchgelaufen Ah der Ne Der macht was anderes Der legt neuen Friedhof an Okay Dann geht's ja noch Ich weiß jetzt nicht wo er hinläuft Ja So schauen wir mal gerade Wie viel essen wir da haben Neun Brote Das ist schon mal was Äpfel Die Bären sind da Läuft ne Hier machen sie Können sie schlafen gehen Weiß nicht ob sie das tun würden Die Mauer ist fertig geworden Leider Wird hier nicht abgebaut Jetzt lassen wir gerade gucken Ob welche in der Gruppe sind Essen Ja Bergmann ist nur einer Hier haben wir natürlich noch mal Wieder welche verloren gehabt Das war jetzt nicht gut Ne Aber Was soll's Ist halt passiert Das ist auf jeden Fall Jetzt erstmal So eine Geschichte für sich Ist da unten eigentlich hell Wo wir da am Arbeiten waren Wo waren sie Hier waren sie Hier fehlt's ein bisschen an Licht Vielleicht stellen wir da mal ein oder Die ein oder andere Kerze hin Ja das war die falsche Taste Muss die Shift Taste drücken Ja da wäre es dann da Die steht da schon passend Nochmal 1, 2, 3 1, 2, 3 Kerze hin Ich glaube da muss eine Kerze hin Aber Ob das kommt weiß ich nicht Eine ist schon mal gekommen Da werden jetzt die Knochen geholt Auch schön Mach mal Die Tür gerade auf Müssen aber aufpassen Dass auch keiner runterläuft Oder durchläuft Höchstens ein Zombie Wenn du hier rein schickst Dann ist gleich schon Sabbat Weil zu viele Ist definitiv klar Da kommt einer Lugdor Weil der wäre da durchmarschiert Dann wäre er tot gewesen Würde ich sagen Oder es war einer von denen Ja das kann auch sein Dann geht's ja Wenn es davon einer war Da kommt noch jemand Ist das noch eine Wache Dann wäre das die 6. Oder Das ist gerade Schichtwechsel Ja gut Ja ist jetzt hier nicht das Beste Was hier läuft Aber es läuft Haben wir irgendwie hingekriegt Bis jetzt Und müssen gucken Dass wir die Zombies Wieder los werden Das wird aber auch wohl klappen Und wird aber seine Zeit brauchen Gut Okay Dann Gucken wir hier Hier können wir noch ein paar Steine hinmachen Und jetzt mal da Ein bisschen was verarbeiten Zack Haben wir schon mal da Ja und Buddeln war noch angesagt Aber da warten wir drauf Bis die nächsten kommen Dauert wahrscheinlich auch nicht mal ganz so lange 30 31 Und dann gucken wir wie es weitergeht Okay Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 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 Tschüss